Hast du dich jemals gefragt, warum Satan so verzweifelt den Körper Moses nach seinem Tod haben wollte? Diese Frage mag verstörend oder sogar bizarr erscheinen, doch sie ist tief in biblischen Berichten verwurzelt. Moses, eine herausragende Figur der Geschichte, führte die Israeliten von den Fesseln der ägyptischen Sklaverei bis an die Schwelle des verheißenen Landes. Er war der Vermittler der zehn Gebote, ein Leuchtfeuer der Hoffnung und des Glaubens. Doch was nach seinem Ableben geschah, war schockierend. Gemäß der Bibel legte Gott Moses an einem geheimen Ort zur Ruhe. Dennoch entfaltete sich ein eigenartiges Ereignis. Es gab eine heftige Auseinandersetzung zwischen dem Erzengel Michael und dem Teufel um Moses Überreste. Dies ist keine erfundene Geschichte, sondern eine Referenz aus dem Buch Judas, Vers 9, wo der Erzengel Michael und Satan ernsthaft um den Körper Moses kämpfen. Diese Situation wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Also wollen wir uns in die biblischen Ereignisse um Moses Tod und diese eigentümliche Streitigkeit vertiefen. Moses, der Mann, der die Israeliten aus Ägypten geführt hatte, der die zehn Gebote direkt von Gott empfangen hatte und der sein Volk zum verheißenen Land geführt hatte, stand nun kurz vor dem Tod. Sein Leben war erfüllt von außergewöhnlichen Begegnungen, göttlichen Offenbarungen und mächtigen Wundern. Doch kurz bevor er das verheißene Land betrat, beging er einen sehr schwerwiegenden Fehler. Es hätte ihn beinahe sein Arm Tee gekostet. Gott hatte Moses ausdrücklich aufgetragen, zum Felsen zu sprechen, damit Wasser heraussprudeln und die Kinder Israels trinken konnten. Doch leider, aufgrund des Drucks seitens der Israeliten, wandte sich Moses voller Zorn den Menschen zu und sagte, »Müssen wir immer Wasser für euch zum Trinken hervorbringen?« Obwohl diese Aussage unschuldig klingen mochte, hatte sie sehr ernste Konsequenzen. Moses' erster Fehler bestand darin, das Wort »Wir« anstelle von »Gott« zu verwenden. Es war Gottes Macht, die das Wasser hervorbringen sollte und nicht Moses. Indem er »Wir« sagte, bedeutete dies, dass Moses sich selbst eine gewisse Macht zuschrieb. Zweitens schlug Moses auf den Felsen, obwohl Gott ihm tatsächlich gesagt hatte, mit ihm zu sprechen. Direkt danach sagte Gott Moses, dass er wegen seines Fehlers nicht länger das verheißene Land betreten werde. Denk darüber nach, kannst du dir vorstellen, durch welche Prüfungen Moses gegangen war, nur um es am Ende zu verpassen. Danach starb er. Das Buch »Deuteronomium«, Kapitel 34, Verse 5 und 6 berichtet vom Tod Moses. Es heißt dort »So starb Mose, der Knecht des Herrn, da selbst im Lande Moab, nach dem Wort des Herrn, und er begrub ihn in einem Tal im Lande Moab, gegenüber Beth Peor. Aber niemand hat sein Grab bis auf diesen Tag gekannt. Dieser Abschnitt berichtet, dass Moses gemäß Gottes Wort im Lande Moab starb und dann in einer mysteriösen und göttlichen Tat Gott selbst Moses begrub. Dies ist ein ungewöhnliches Ereignis in der Bibel. Gott, der Schöpfer des Universums, persönlich involvierte sich in die Beerdigung eines Menschen. Es ist nicht oft, dass wir von Gott hören, wie er eine Beerdigung durchführt. Diese Tat göttlicher Intervention verdeutlicht die besondere Bindung, die Moses mit Gott teilte. Moses war nicht nur ein Diener des Herrn, er war ein Freund. Und in dieser Freundschaft sehen wir eine bemerkenswerte Tat der Liebe, des Respekts und der Ehre. Doch dann stellt sich eine Frage, warum entschied sich Gott, Moses an einem geheimen Ort zu begraben? Warum wurde der Ort seines Grabes vor der Welt geheim gehalten? Die Antwort auf diese Frage führt uns in eine tiefere Erforschung von Gottes Weisheit und Satans listigen Plänen, wo wir Michael, den Erzengel und Satan in einem heftigen Streit finden. Nicht hier auf Erden, sondern in den himmlischen Sphären. Dies war kein gewöhnlicher Streit, aber dann kam Satan, um den Körper Moses zu beanspruchen. Seine kühne Bewegung stößt auf Widerstand von niemand anderem als Michael, dem Erzengel. Die Bibel liefert uns nicht alle Details dieser himmlischen Auseinandersetzung, aber wir wissen, dass Michael, fest in seiner göttlichen Pflicht, Satans Anspruch widerstand. Michael, ein Erzengel von großer Macht und Autorität, hielt stand. Doch er wies Satan nicht in seinem eigenen Namen oder seiner eigenen Macht zurecht. Stattdessen sagte er, der Herr, weise dich zurecht. Hier sehen wir die Demut und Weisheit des Erzengels Michael, der anerkennt, dass die Macht, Satan zurechtzuweisen, allein von Gott kommt. Man könnte sich fragen, warum ein himmlisches Wesen wie Satan so sehr an den sterblichen Überresten Moses interessiert wäre. Was könnte er davon haben, den Körper eines Mannes zu besitzen, der bereits verstorben war? Erstens bestand die Möglichkeit, dass Satan Moses daran hindern wollte, auferweckt oder in den Himmel aufgenommen zu werden. Satan könnte fälschlicherweise angenommen haben, dass Gott Moses in den Himmel aufnehmen wollte, wie Elijah oder Henoch. Im Evangelium nach Matthäus 17 erschien Moses zusammen mit Elijah auf dem Berg der Verklärung mit Jesus. Satan, der listige Gegner, der er ist, könnte versucht haben, dies zu verhindern, indem er Moses' Körper in Besitz nahm. Ein weiterer wichtiger Grund, warum Satan den Körper Moses haben wollte, war, weil Satan höchstwahrscheinlich Moses' Körper als Gegenstand der Anbetung für die Israeliten verwenden wollte. Erinnere dich an den Vorfall des goldenen Kalbes in Exodus 32. Satan, der dies wusste, wollte sie möglicherweise dazu verleiten, Moses' Körper oder Reliquien zu verehren. Dies wäre ein effektiver Weg gewesen, um sie von der wahren Anbetung Gottes abzubringen. Gott, in seiner Weisheit, könnte Moses' Körper verborgen haben, um sein Volk vor dieser Falle zu schützen. Der dritte Grund ist, dass Satan, der in der Offenbarung 12.10 als Ankläger bezeichnet wird, Moses seiner vergangenen Sünden und Unwürdigkeiten vor Gott anklagen wollte. Satan könnte Moses vergangene Fehler wie das Töten eines Ägypters, das Zerbrechen der Gesetzestafeln oder das Schlagen des Felsens, anstatt mit ihm zu sprechen, als Grund für eine Verurteilung verwendet haben. Der Teufel liebt es zu verklagen und zu verurteilen, und Moses, trotz seiner großen Taten, war nicht ohne Sünde. Schließlich könnte Satan Gottes Plan und Macht verspottet haben. Indem er Moses' Körper ergriff, könnte Satan versucht haben, einen Trophäe seines Sieges über Gottes auserwählten Führer und Mittler zu beanspruchen. Der Teufel in seinem Stolz und seiner Rebellion sucht ständig Gott und seine Pläne herauszufordern. Aber lasst uns daran denken, während Satans listige Natur keine Grenzen kennt, tut dies auch Gottes Weisheit nicht. Gottes Macht und Weisheit sind unendlich größer als Satans Pläne. Selbst als Satan hart um Moses' Körper kämpfte, war es Gott, der das letzte Wort hatte. Gottes Absichten können nicht vereitelt werden, und seine Pläne können nicht vereitelt werden. Satans List kennt keine Grenzen, aber auch Gottes Weisheit nicht. Gott ist immer einen Schritt voraus, und seine Weisheit und Macht übertrifft alles, was Satan aufbringen kann. Selbst angesichts von Satans List bestehen Gottes Pläne immer. Also erinnere dich daran, egal wie listig und raffiniert Satan sein mag, Gottes Weisheit, Macht und Liebe für uns sind unendlich größer. Jenseits des Streits gibt es eine größere Lehre. Es ist eine Geschichte, die wir heute entschlüsselt haben, eine komplexe Erzählung, die in den Stoff unseres Glaubens eingewoben ist. Eine Geschichte von Gottes auserwähltem Führer, Moses, und dem Kampf, der um seinen leblosen Körper entbrannte. Doch lassen uns für einen Moment zurücktreten, lassen uns über den Kampf hinwegsehen, über die Motive Satans hinwegsehen, und die größere Botschaft in dieser Geschichte finden. Erstens ist es eine Erinnerung an die Bedeutung wahrer Anbetung. Die Israeliten fielen immer wieder in die Falle der Götzendienst. Ob es das goldene Kalb oder die bronzene Schlange war, sie wurden leicht von der Anbetung des einzigen wahren Gottes abgebracht. Die potenzielle Missbrauch von Moses Körper als Objekt der Verehrung unterstreicht den Kampf und erinnert uns daran, unsere Anbetung allein auf Gott auszurichten. Zweitens ist es ein Zeugnis dafür, dass Gottes Gnade über unsere Fehler hinausreicht und dass seine Liebe stärker ist als unsere Vergangenheit. Schließlich dient diese Geschichte als deutliche Erinnerung an die Notwendigkeit, Satans Versuchungen zu widerstehen. Satan ist listig, raffiniert und wird jedes Mittel nutzen, um uns von Gottes Weg abzubringen. Aber wie Michael, der Erzengel, mit Glauben und der Kraft des Wortes Gottes demonstrierte, können wir diesen Versuchungen widerstehen. Lasst uns die Geschichte von Moses Körper nicht als grausamen Kampf, sondern als Zeugnis von Gottes dauerhaftem Schutz und Führung betrachten. Es ist ein Zeugnis, das weiterhin Nachhalt und uns an die Bedeutung wahrer Anbetung, die Kraft der Erlösung Gottes und die Notwendigkeit, Satans Versuchungen zu widerstehen, erinnert.